Obdachlose in New Orleans müssen für Taylor Swift Konzert Lager räumen. Die Entscheidung der Stadt New Orleans, die Obdachlosen zu zwingen, ihre Lager für das Taylor Swift Konzert zu räumen, wird von vielen als herzlos und unnötig kritisiert. Die Obdachlosen haben bereits mit genug Herausforderungen zu kämpfen und sollten nicht zusätzlich belastet werden, indem man sie von ihrem einzigen Zuhause vertreibt. Es ist wichtig, dass die Stadtverwaltung alternative Unterkünfte und Unterstützung für die Obdachlosen bereitstellt, anstatt sie einfach wegzuschicken. Die Obdachlosen haben genauso das Recht, die Stadt zu nutzen und zu genießen, wie alle anderen Einwohner auch. Es ist bedauerlich, dass die Stadtverwaltung sich dafür entschieden hat, die Obdachlosen zu verdrängen, um ein positives Bild für das Konzert von Taylor Swift zu präsentieren. Diese Entscheidung zeigt ein mangelndes Mitgefühl und Verständnis für die Bedürfnisse derjenigen, die am meisten Hilfe benötigen. Es ist zu hoffen, dass die Stadtverwaltung ihre Entscheidung überdenkt und stattdessen Maßnahmen ergreift, um den Obdachlosen in New Orleans zu helfen und sie zu unterstützen. Jeder verdient ein sicheres und würdevolles Zuhause, unabhängig davon, ob ein großes Konzert in der Stadt stattfindet oder nicht.